Das war jetzt wirklich langsam! Letztes Jahr haben wir die Allerhärtesten hier auf dem Sonntag erlebt, das war eine kleine feine Runde. Du meinst du es selbst? Ja, wir waren auch dabei, glaube ich. Und es begarrt sich, dass wir quasi der jüngste Musiker nach uns zum W.E. hatten, was Max sein Jüngster ist, der war damals noch nicht nur ein Jahr. Der war noch nicht ein Jahr, der saß vor mir, hat zwei Tomische in der Hand gehabt, hat mich damit gewaltig unterstützt und in den Gange gebracht, damit du nicht aus dem Takt kommst. Damit ich nicht aus dem Takt komm. Und das war ganz witzig. Aber noch witziger ist, im Nachgang, der Kleine ist nicht hier aber, dafür ist er ein Großvater. Was quasi sein Opa ist, der steht zu meiner Lippen, die hat nicht wundern Gott und zwei Liter, aber wie Harjo, was gleichzeitig macht sein Papa alles. Logische Konsequenz. Ja, wir haben weder kosten noch Bühne geschaltet. Ah ne, damit man verastet nicht. Aber einen der besten Regal der Heimat gewinnen zu können, damit wir heute hier spielen dürfen vor euch. Aber mit der Pekka! Mit der Pekka! Geht nur nirgendwo nachher raus! Aber mit der Pädestin! Mit der Auge! Ja, K-Family! Wie weil wellbeing werden! Wie is also auf der Fall, wie ist das Vogelbad? Wie ist das auch Song der P Frontier? Wie ist das 쌓ige? Wie have du denn 하지? Wie ist das für eine klarkete changed? wie ist das soまでiegend so zu sein. Wie ist das Então? Und wo immer wie in der Zeit? bei der Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und ich habe eine teure Wohnung, doch was mir fehlt, doch was mir fehlt. Drei, drei! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020